Ich habe gerade gesagt, die beiden haben immer einen guten Trainer. Aktuell ist es Thomas Tuchel, er kennt euch. Er hat 2009, glaube ich, kurz mal zusammengearbeitet. Erklär mal, was ist er für ein Typ, für ein Mensch, für ein Typ Trainer und wo ist auch seine Mannschaft aktuell angreifbar? Thomas war U19-Trainer in Mainz, als ich dort schon relativ lange Spieler gewesen bin. Dann ist er Cheftrainer geworden in einer Zeit, wo ich schon mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Wir haben dann noch kurz zusammen ein Spielertrainer-Verhältnis gehabt. Danach war ich U23-Co-Trainer und Thomas ist ein sehr akribischer Arbeiter, der sehr detailversessen ist, unglaublich viel mitgibt in der Mannschaft, von der man viel lernen kann. Grundsätzlich ein lockerer Typ, wenn es allerdings dann auf den Trainingsplatz geht, dort immer 100 Prozent einfordert, sehr leistungsorientiert ist. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass er den Weg gegangen ist, den er gegangen ist mit Champions-League-Sieg, mit vielen Titeln insgesamt, in Dortmund-Pokal, in Paris-Meisterschaft. Ja, einfach einer der besten Trainer, die so rumlaufen in Europa. Und die zweite Frage war, was es so schwierig macht, wie du ihn angreifen kannst. Wo ist auch seine Mannschaft zu knacken? Also, was es leicht macht. Ja, also ich glaube, dass man insgesamt die Konstellation der Bayern dieses Jahr so ein bisschen da mitverfolgt hat. Auch nicht immer konstant. Die letzten Wochen dann einfach auch so mit ihrem Selbstverständnis ringend, nicht ganz so gute Nachricht für uns, kommt langsam zurück in den letzten Spielen. Und trotzdem, genauso schnell, wie es zurückgekommen ist, ist es unsere Aufgabe, natürlich auch zu versuchen, so die Problemchen, die sie möglicherweise in den letzten Wochen dann auch hatten, zum Vorschein zu bringen. Das bedeutet, es ist wichtig, dass wir mit großer Überzeugung auftreten, dass wir uns vertrauen, dass wir akzeptieren, dass die individuelle Qualität dann auch mal zu erkennen sein wird am Platz. Dass wir vielleicht auch mal ein Eins gegen Eins verlieren, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und das, was man dann immer sagt als Trainer, und dass du in München einfach auch, nochmal, dass du mutig bist, dass du dran glaubst. Und für mich das Entscheidende ist Überzeugung in jeder Aktion, weil auch wir haben eine Menge Qualität, offensiv wie defensiv. Und wenn wir die auf den Platz bringen, dann können wir jeder Mannschaft dann auch Probleme machen, auch den Bayern. Und darum wird es gehen, dass wir versuchen, einen Spielverlauf herzustellen, der uns dann einfach auch zugutekommt und uns Vertrauen gibt und am Ende uns dann auch die Chance ermöglicht, dort in München was mitzunehmen.